Wir begrüßen Sie recht herzlich zu diesem paranormalen Video. Wir sind dem Bösen auf der Spur. Herr Hottelmann hat sich schon wieder mit der nächsten Waffe bewaffnet. Protonpack ist mit dabei. Wir haben uns ja wirklich in dem letzten Video, wir haben uns auch erstmal von dem ganzen Ort ein bisschen entfernt. Wir haben ja diesen ektomorphischen Zander nun gefunden, Herr Hottelmann. Haben Sie Informationen aus den Testberichten dazu? So viel wie ich weiß ist hier ein alter Teich, aber da ist kein Wasser. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wo hier der Zander herkommen soll. Es hat uns wirklich hierher verschlagen, das ist wirklich so ein Ding für sich. Können wir die Folgen nochmal kurz zusammenfassen? Es war ja wirklich so, dass uns damals Proben eingeschickt wurden, Schleimalarm in Deutschland ausgelöst wurde. Wir sind der Sache auf die Spur gegangen, haben im eins dafür eingerichteten Laboren dafür gesorgt, dass wir das auch klären können. Wir haben uns sichergestellt, dass das wirklich ein ektoplasma ist. Also ich bin noch viel sicher, dass das Ganze von hier kommt. Herr Hottelmann, das sage ich wieder zu. Das kann nur von hier kommen. Also werfen wir mal mein Gerät an. Wir haben den ektomorphischen Zander nämlich schon an einem Ort festgemacht. Freuen Sie uns einfach mal. Ich darf mein Gerät mal an und Sie werden überrascht sein. Wir haben die Technik nämlich erweitert. Nehmen Sie sich das mal an, der ektomorphische Zander. Und das flägt schon aus. Seht ihr nicht hin? Ne, Hottelmann nochmal anheben. Das ist unglaublich, oder? Oh mein Gott. Was ist das? Mein Gott, Hottelmann, anheben, anheben. Ja, ja. Nehmen Sie mal auf die Hand, Hottelmann. Hottelmann. Ey. Was machst du? Mein Gott, oh mein Gott. Hottelmann, runter damit. Runter. 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 Wenn der sich nochmal bewegt. Weg. Weg mit dem. Wenn der sich nochmal bewegt. Machen Sie es mit dem Spaten. Hottelmann. Hottelmann. Ich wurde vollgeschleimt. Scheiße, das schleimt sich. Hottelmann. Hottelmann. Ich wurde vollgeschleimt. Oh mein Gott. Chef. Chef. Hottelmann. Nicht vertagen. Neutronisieren Sie mich. Ah, das ist Böse. Hottelmann. Chef, schuldig. Tun Sie es, Hottelmann. Ah. Oh mein Gott. Hottelmann. Das ist das pure Ektoplasma. Ich muss nachladen, Chef. Batterie ist da alle. Das Böse hat mich. Hottelmann. Ich meinte schon. Hottelmann schießt, aber das ektomorphische Teil hier. Den will unbedingt. Ich habe Ektoplasma in den Augen. Hottelmann. Ich kriege ihn. Hottelmann. Teilhinsinn, Hottelmann. Der fliegt. Teilhinsinn. Und der stritzt. Hottelmann. Und der fliegt schon wieder. Das ist unlob. Ich jetzt auch. Gehen Sie mal her. Ich gebe den jetzt den Klapp. Scheiße. Hottelmann. Ich tue mal. Waffe ranlegen. Drei. Eins. Zwei. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Hottelmann. Unser härtester Kampf. Schleim. Schleim. Hottelmann. Unser härtester Kampf. Neukronisieren Sie mich. Ich mach mal. Hottelmann. Ich sehe nichts mehr. Wir haben die Sache geklärt. Unser härtester Kampf bis jetzt. Entschuldigung. Hottelmann. Wie kann man das nur erklären, diese ganze Sache? Sind wir den Tisch los? Wir haben das Böse besiegt. Wir haben eine Axte entwickelt. Ja. Wenn Wald ausgebreitet sein sollte. Hottelmann. Ich bin ergriffen hier. Chef. Also war es doch der ectomorphische Zander. Es lag nicht am Wald. Das ist die Frage hier mit diesem komischen Ungetier, was das letzte Mal vor uns weg ist. Das ist mit dem weißen Gesicht. Ich glaube, das haben sie genauso wie auf dem Friedhof mit dem anderen Monster, was damals aus dem... Aber der ectomorphische Zander ist erst mal dahin geschieden. Da wackelt es noch, Hottelmann. Da wackelt es noch. Hätten Sie eine Extraladung einpacken sollen, Hottelmann. Ja, ich merke es schon. Aber das ist live hier bei uns. Aber der ist weg. Schleim gefahren. Deutschland ist gebannt, Hottelmann. Wir haben es geschafft. Ich danke Ihnen für... Wie gesagt, das mit dem Monster wissen wir nicht genau. Ich denke mal, das ist... Wurde gesehen, liegt da irgendwo am Friedhof. Das werden wir Ihnen nicht mehr nachtragen. Vielleicht auf der DVD, wo wir Ihnen das nochmal präsentieren. Ansonsten, ich hoffe, dass wir Deutschland retten konnten. gartenproductions.de Ich habe es nicht eingeblendet. Herr Hottelmann blende es ein. Herr Hottelmann, ich hoffe, dass das Böse mich nicht gebliegt hat. Ne. Ansonsten, vielen Dank. Mal laden hier. Und da tun wir. Können Sie bestellen. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann.